Wer braucht schon Bits und Bites, wenn es jetzt Trolley Bites gibt? Trolley Bites, die Next Level Gummies mit Mate-Tee-Extrakt, natürlichen Farben und Aromen und Zinkdextrose und sogar Vitaminen. Das probieren wir mal aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, Frau Spann, habt ihr sie gesehen. Trolley Bites. Ja, Trolley hat neue Fruchtgummi für euch in der Bites-Version. Also in einer computerangelehnten Version mit Kreisen, Dreiecken, Xen, hmmm, ein bisschen Playstation. Das ist für mich immer so der Klassiker, wenn es darum geht, aber Bites. Es geht natürlich auch um die Bites, Bits und Bites und den Co. Es sind Next Level Gummi-Bombs oder Gummibärchen mit einem besonderen Geschmack, den ich euch einmal einblenden kann schon mal. Denn es ist einmal Ananas, Grapefruit, Orange, Mandarine, Blaubeere, Himbeer, Granatapfel, Limette, Zitrone. Und, wenn wir schon dabei sind, kann ich die Zutaten, die ich werde auch direkt einblenden. Ihr bekommt Gummibärchen mit Dextrose, 10% Dextrose ist hier enthalten, also ein bisschen Traubenzucker. Mate-Tee-Extrakt, Zink und Vitamin B6. Zutaten, es ist mit Gelatine, es ist kein vegetarisches Produkt, hätte ich noch cool gefunden, vegetarisch oder vegan. Aber mal gucken, wann Trolli das ein bisschen mehr angeht. Zucker, Säuerungsmittel, färbendes Konzentrat, natürlich Aromen. Also relativ kurze Zutaten, finde ich gut, wenn sie so kurz ist, auch für solche Fruchtgummis. Da waren einige schon schlimmer, die man in letzter Zeit erlebt hat. Auch noch ganz große Namen, die wir so kennen. 336 Kalorien geht auch klar. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie sie schmecken. Also ob die Konsistenz gut ist, das ist für mich das Wichtigste. Sonst, was zieht mich an Bytes? Ja, ich bin auch einer, der gerne mal an der Konsole zockt. Ich habe meine Playstation 5 und ja, sobald ihr sowas seht, was irgendwie mit Computer oder Tetris und was es da alles gibt oder Bytes in dieser Richtung ist, ist man dabei und will es ausprobieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sehr lecker sind und ob sie euch optisch gefallen. Darum, bis gleich. Ja, und hier sind sie, die Trolli Bytes. Ihr seht die verschiedenen Formen, die verschiedenen Muster. Ich kann auch mal direkt von oben drauf gucken. Es sind nicht alle, ich habe jetzt nicht die ganze Tüte ausgeschüttet, es ist unglaublich das Doppelte nochmal ungefähr drin. Also ein guter Mix mit Xen, Kreisen, auch so ein paar, ähm, wie heißt es denn hier, Türmchen, wie heißen die jetzt? Pyramiden, die kamen nicht drauf. Alles mögliche dabei. Jetzt ist nur die Frage, wie es schmeckt. Darum ab ins Probieren. Und da seid ihr wieder da und jetzt probieren wir sie aus. Ich bin gespannt. Wundert euch nicht vom Licht, es ist Herbst, es ist dunkel. Damit müssen wir jetzt leben, für ein paar Wochen. Dass das Licht nicht mehr so schön ist, wenn ich Videos mache. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich probiere mal so einen roten direkt. Der rote müsste einfach Himbeerkanatapfel sein. Ein bisschen fester, die Gummibärchen, was ich gar nicht so schlimm finde. Also, die sind ja keine Gummibärchen, sorry. Fruchtgummis. Aber ich denke mal, es hat sich einfach eingebürgert, dieser Name. Geschmacklich finde ich sie gut. Die sind nicht zu fest. Die sind auch nicht zu weich, also nicht wie diese Fruchtsaft-Edition, die es auch so gibt. Die sind ja meistens relativ weich. Das ist jetzt so eine schöne Mittelfestigkeit, muss man sagen. Mittelfestigkeit. Aber naja, das hier könnte jetzt Ananas-Grapefruit sein, dieser kleine weiße. Ja. Finde ich auch mal ganz geil, ich bin ein Grapefruit-Fan. Gerade in Getränken und so. Und ich finde das in Gummibärchen auch mal eine ganz geile Sache. Die Ananas ist schon ein bisschen süßer rein. So, das Orangio müsste Orange Mandarine sein. Ich suche schon mal Blaubeere. Und die Mette Zitrone ist dann grün. Aber Orange Mandarine schmeckt auch gut. Ich muss sagen, die schmecken wirklich gut. Also, die schmecken genau nach dem, was hinten drauf steht. Das ist auch schön, nach dem, was drauf steht. Ich hätte es vielleicht mal probieren sollen, ohne zu gucken, was es ist. So, Blaubeere. Hatte ich erst gestern. Finde ich nicht, dass es wie Blaubeere schmeckt. Den Geschmack könnte ich nicht zuordnen. Und als letztes, die Mette Zitrone. Das geht mehr in die Richtung. Also, außer Blaubeere sind alle Richtungen gut. Alle Geschmacksrichtungen. Von der Dextrose oder so, oder von den Zusätzen, Mette, merke ich jetzt natürlich im ersten Moment jetzt nichts. Wirkt sich auch nicht auf den Geschmack aus. Merkt man vielleicht, wenn man sie beim Zocken oder so isst und nicht müde wird oder abends oder so. Weil es vielleicht ein bisschen aufpusht. Aber es hat jetzt ja keinen wirklichen Koffeingehalt. Also, Trolley Bites sind lecker. Kann man machen. Kosten, glaube ich, 99 Cent die Tüte. Also, völlig okay. Ein netter. Einfacher Gag. Wie gesagt, vegetarisch oder vegan hätte ich noch ein bisschen cooler gefunden. Hätte man das direkt mit angegangen, das Thema. Aber so ist das einfach ein leckerer Snack. Der schmeckt. Ach, gerade Himbeer, Granat, Apfel. Das ist so mein Ding. Kriegt von mir, ja, sag mal viereinhalb von fünf Punkten. Wie gesagt, wir ziehen noch mal ein bisschen was ab, wegen der vegetarisch-vegan. Aber sonst ist es nicht eine zu lange Zutatenliste. Es passt insgesamt. Geschmack ist gut. Ich finde das mit dem Computer-Design auch mal ganz schön. Statt immer diesen ganzen Einhörnern und ganzen Märchenwesen und so. Auch mal sowas machen. Warum nicht mal was für die Männer machen. Oder auch für die Mädels machen, die auch Computerspiele mögen. Also, finde ich ganz cool. Ab sofort im Handel. Werdet ihr sie ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bald wieder. Und wie gesagt, in ein paar Monaten auch wieder mit schönerem Licht. Darum, bis bald. Ciao, euer Bob.